Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich hab gerade nochmal nachgelesen, ich kann hier von Tekla auch noch irgendwie was bekommen. Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. Genau das wollte ich auch. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Hier ist erstmal ein Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Das ist es, was ich haben wollte. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines Schüsselchen? Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, da musst du auch was dafür tun. Okay. Was? Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekopps Hof und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von ihr. Okay, das machen wir. Wenn du mir die Kräuter bringst, mach ich dir einen Eintopf. Ja. Ich hab für so etwas keine Zeit. Okay, das ist der Eintopf, den ich haben wollte. Der soll ja auch noch Stärke geben. So, wo ist denn der? Teklas Eintopf. Ein Stärkebonus 1, da haben wir das. Ja, der hat die Kärkerlein gehört. Jetzt können wir eine bessere Waffe kriegen. So, weil jetzt sind wir auch auf 85 Stärke. Ich brauch mehr, die Ärger kann ich nicht gebrauchen. So, ähm. Ich brauch mehr, die Ärger kann ich nicht gebrauchen. Bei wem wir die bessere Waffe jetzt haben können. Denn darauf habe ich mich jetzt hingearbeitet, auf 85. Kalid war der Blau, oder? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Äh, welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Ich weiß gar nicht, warum er sich so anbietet. Sie sieht dir doch einfach an. Ähm. Die noch nicht. Ich hab so einiges gehört. Aber eine bessere müsste ich doch jetzt schon kriegen können. Äh, das ist eine Einhandwaffe. Eine leichte Sprite ab, das ist eine Waffe. Ähm. Meinst du mir geht es besser? Ähm, noch nicht. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Die ist zwar besser als meine, aber... Wer hat auch die falschen Leute gehört? Die wir ja auch schon haben wollen, aber... Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter mir wäre. Äh, nein, da habe ich nicht genug Geld. Äh, da wollte ich auch nicht drücken. Das höre ich zum ersten Mal. Aber wir können doch bei Dingens hier nochmal bei Kord. Ich hab mir das schon gesagt. Hier sofort, oder? Ja, Kord, glaube ich. Wenn wir nochmal ein bisschen hier, äh, für die zwei Lernpunkte, die wir noch haben, vielleicht nochmal ein bisschen, äh, zweihand üben, verbessern. Äh, bringen mir bei, wie man kämpft. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Hm. Zwei Hand, ein, ein Kosten, äh, plus 1, zwei Lernpunkte, ja, komm. Du bist schon besser geworden, weiter so. Immerhin ein kleines bisschen, das ist eine kleine Verbesserung. Zweihänder jetzt bei 49%. Zweihänder will ich aber auch 100 kriegen, genauso wie Armbrust. Meinst du, mir geht es besser? Und wir haben jetzt eine Quest für, äh, Eintopf. Wenn ich Tegla die Kräuter von der Highlight und Sagitta bringe, kocht sie mir noch ein Eintopf. Sagitta lebt hinter Sekopso. Aber wir haben jetzt, äh, ein bisschen, äh, ein bisschen stärker geworden. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So, ich hoffe, wir kriegen das öfters mal hin. Ähm, jetzt erst mal zu Sagitta. Die Frage ist nur, sind wir auch schon stark genug gegen die, oh, diese Fliege. Ich muss hier wirklich den Fliegenfänger aufstellen, irgendwie, oder aufhängen. So, wo war nochmal die Höhle von Sagitta? Wir sind ja vorhin, also in der letzten Folge, schon zweimal an ihr vorbei. Nein! Auch noch, auch noch zudem. Okay, der lässt mich nicht nur holen. Oh, diese eine Fliege hier, die nervt so richtig. Äh, ich lege mich nochmal pennen. So, und dann schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht können wir das auch ein bisschen später machen. Ich will ja noch ein bisschen besser werden. Und dass wir andere Sachen nochmal kriegen. So, wir brauchen aber noch sehr viele Punkte jetzt. Der ist gerannt, also will ja selbst hinter ihm herwählen. Also, komme nicht so. Ich habe mir das schon gedacht. So, legen wir uns noch einmal fern, dann sind wir wieder bereit. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komme nicht so. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, das hat er wirklich passiert. So, bis zum nächsten Morgen. Und ich mache hier jetzt diesmal eine kleine Unterbrechung. Diese eine Fliege, die nervt mich richtig. Äh, bis gleich. Ist das wirklich gut? So, da bin ich auch wieder. Und, äh, ja, die Fliege ist erledigt. Das kann ja nicht. So. Habe ich jetzt ein bisschen Ruhe. Ähm. So, dann würde ich vielleicht... Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Vielleicht nochmal zu den Wassermagiern gehen. Da gab es ja noch ein paar Viecher, auch noch so. Ich bin unabhängig, aber gar nicht. Wo wir noch ein paar Sachen erledigen könnten. Und da waren ja auch einige Tote. Oder, ja, da lagen Tote rum. Ähm. Das mich schon malgierig gemacht hatte. Und ich glaube, für Sagitta wird das noch ein bisschen dauern, bis wir, ja, da, äh, richtig zurechtkommen. Weil wir müssen ja für sie was, äh, von einem Troll holen, was da hinten ist, ne? So ein Riesentroll. Gegen das wir nicht ankommen. Das war noch schon vorerst. Und, ähm. Dann würde ich das lieber ein bisschen, ein kleines bisschen später machen, wenn wir stärker sind. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht. Wir müssen für vieles stärker werden, definitiv. Da haben wir den schon wieder. Ich speichere einmal. Ich will mal gucken, ob wir schon gegen den zurechtkommen. Ich speichere mal wieder auf die drei. Äh, oh. Wirklich aus, was ich noch zur falsche Taste. Ich will mal gucken. Komme ich gegen den schon an? Nein, hör auf damit. Da die mich auf den Schaden labern müssen, halt die Fresse. Ja, das geht schwierig. Okay. Wir hatten auch die drei gespeichert. Wir kommen schon besser gegen Dian, aber noch nicht allzu gut. Dann laufe ich lieber erst mal noch ein bisschen an den vorbei. Nun wird lieber zusehen, dass wir eine bessere Zweihandwaffe kriegen. Einerseits auch ein bisschen mehr Schaden macht, als das hier, was wir haben. Und genau, hier wollten wir entlang. Und gucken, was da gibt es. Also, was das mit den Toten auf sich hat. Ich freue mich, soweit ich stark genug bin, die alle auszuschalten. Ja, ich schieße erst mal los. Die sind die Nervigen. Hier haben wir noch ein paar. Okay, hier hatten wir noch ein paar vergessen gehabt. So, die sind die auch noch. Nichts zu holen. Okay, da gibt es nichts zu holen. Und eine Waldberde. Jetzt erst mal wieder. Aber hier ist noch eine Fliege. Zwei Fliegen, ernsthaft? Alter. Was habe ich gemacht, dass sie fliegen sind? Hier liegt kein Essen rum oder so. Aber ich fühle mich schon ein bisschen reuig, dass sie bei mir hier fliegen sind. Ja, okay. Draußen fängt das Wetter eigentlich an. Hier kälter zu werden. Und hier Diener ist immer warm. Ich speichere noch einmal. Aber nicht mal auf die zwei. So. Ich will gucken, was passiert. Ich habe aber noch diesen einen Trank. So. Da brauchen wir bald wieder neue. Genau. Hier war ja das mit Pablo. Wo wir hinwollten. Da ist ja jemand. Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei haste, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Wer war der andere? Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Ja, und wo ist der andere hin? Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben rauf gerannt. Ach so, okay. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Hey, kein Problem. Ich dachte, der wäre jetzt einer, der mich angreifen will. Ich habe die Befürchtung. Ja, das hat mit den Toten da auf sich. Okay. Gut. Dann gucken wir uns aber trotzdem mal die Toten an. Vielleicht haben die auch was für uns. Wir müssen nur an den anderen da vorbei. In einem Suchenden. Zwei Suchende, Ernst. Noch mal kurz speichern. Noch mal hier auf der 2. Es kann sein, dass wir das nicht überstehen. Der bleibt schon mal nur uns vorbei. Der andere steht da aber nur. Nein. Geh jemand andern aus dem Sack. Bierbusst, mein Meister wird tot, höre ich der Name. Ja, ja. So, wie gönnen wir uns? Ah, der... Okay, jetzt schnell aber weg. Ich habe keine Lust, mit dem zu kämpfen, weil die sind doch noch ein bisschen zu stark für uns. Aber ich wollte... Ich wollte hier aber noch mal auch hin, bevor wir da weitergehen. Und gucken, ob ich hier auch noch mal ein paar Gegner sind, oder diese... Da sind Warane wieder. Warane kriegen wir locker hin. Was ist da hinter? Oh, komm, jetzt der 2. So, dort nehmen wir mit. Wie kommt das, wenn wir das hier oben nie richtig erkundet hatten? So, die nehmen wir auch mit. Oh, na, diesen Ratto. Gibt es hier hinten auch noch was? Ja, ein Lager. Noch mal kurz zu speichern. Äh, wieder auf die 1 kommen. Auf der 1 können wir speichern. Was ist denn das denn für ein Lager? Ei-Pflanze, immerhin. Und Snapper. Äh, Stängel-Sumpfkraut, nice. Ein Trunk. Äh, nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay, komm. Komm, bis zum nächsten Morgen. Angegriffen werden wir ja nicht. Bolz-Fell, nice. Nehmen wir mit. Pfanne könnten wir benutzen. Gibt es hier sonst noch was? Normaler Snapper oder Drachensnapper oder ein Bark? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Beiden Bogen. Pfeil. Noch ein Pfeil. Okay. Ja, dich will ich. Komm. Natürlich kommt der andere auch hoch. Hier kommt ihm Rudel angelaufen. Äh, läuft bei dem. Jetzt ist er tot. So, ein Varan will ich jetzt anlocken. Ja, komm. Ich will ich. Ja, komm. So geht das. Bin ich in Ordnung. Da ist der Nächste. Ja, so geht das. Und. Und. Und den da will ich auch noch. Komm. Nice. Das haben wir geschafft. So, der Blauglieder nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Und die Heilpflanzen. Mehr gibt es, glaube ich, auch nicht. Außer diese Höhle. Bevor wir in die Höhle reingehen. Ich speichere noch einmal. Komm jetzt wieder auf die Eins. Und dann gehen wir mal da rein. Ach, Goblins. Komm, wir gehen mal weiter. Ja, komm. Oh, ich mach' hier alle. Ja, ich mach' hier alle. Ja, ich mach' hier alles. Ja, ich mach' hier alles. So, und der Nächste. Haben wir noch eine Steintafel? Ich glaube, ein Tiger. Okay, jetzt kommen zu viele. Alter. So, jetzt erst mal die Steintafel. Rostiges Schwert. Äh. Was ist denn das für ein Geräusch? Hier, Lederboden. Die nehmen wir mit. Ah. Jetzt haben wir's. So. Alles mitnehmen? Haben wir. Hört sich aber nicht gut an. So, nehmen wir das mal alles mit dir an. Da ist nichts zu holen. Hört er hier noch? Das hört sich nach Spinnen oder so weiter. Gibt's hier Spinnen? Ich lasse das mal hier. Feuern ist auch geil. Haben wir wieder was? Und ich geh' mal hier rum und gucke, was es hier sonst noch gibt. Die kommt, glaube ich, noch nicht so gut an. Ja, gut. Was wollte ich hier nochmal? Deswegen bin ich jetzt hier hingegangen. Habe ich total vergessen, weswegen war ich jetzt hier. Da ist nochmal ein Bild. Und wir können hier nochmal pennen. Zu weit weg, natürlich. So, bis zum nächsten Morgen nochmal. Morgen ist es immer besser. Und wir können das Fleisch hier nochmal braten, was wir haben. Haben wir jetzt wieder einiges eingesammelt. Wie viel fehlt uns eigentlich jetzt noch für die nächste Stufe? Ja, 6000. Kann man sagen. Um die 6000. So. Okay, dann wollen wir jetzt nochmal ein paar Spuren hier hinterher. Die Spuren der Toten. Genau, da vorne liegt schon mal der erste. Mal gucken, was der so im Inventar hat. Toter Novize. Toter Novize. Oh. Mitnehmen alles. Das finde ich jetzt super. Ah, schon wieder so einer. Wieder ein Suchender. Wieder ein Suchender. Der breit mich jetzt nicht direkt an. Hat er mich überhaupt gesehen. Na, ich will mich da jetzt nicht beschwören. Also, wenn der mich jetzt in Ruhe lässt. Ich finde, ich finde es umso besser, dass die mich da mal in Ruhe lassen. Und nicht angreifen. So, hier haben wir den nächsten. Nehmen wir auch alles mit. Einfach den Toten folgen. Die Toten sagen mir schon, wohin. Da liegt keiner. Aber hier lag. Und wo ging es noch mal weiter. Ist ja auch immer wieder nur einzeln Toten rumliegt. So, also, Spur. Hier schon der nächste wieder. So. Der greift mich jetzt aber nicht an, ne? Grimbald. Hey. Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. Äh. Okay. Da. Speicher nochmal. Die vier Blatt lassen wir so. Speicher ich jetzt mal auf die Frümmen. Also da müssen wir hinschauen. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Landstreicher, Landstreicher. Äh, wer bist du? Wer bist du? Was soll das werden? Ein Verhör? Ich hab dir nichts zu sagen. Aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Aber sei vorsichtig. Er mag keine Fremden. Okay. Äh. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Was geht dich das an? Äh. Ich suche einen Novizen. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Äh. Wen sucht ihr? Ach ja, wen denn? Dich. Mich? Oh. Verdammt. Kann der mir helfen? Ich will sein Schwert noch. Ah, nein. Auf der 5. Okay, die beiden machen wir noch fertig. Wenn die mich suchen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Von mir so. Jetzt kannst du was erleben. Out. Kann ich den jetzt brauchen? Kaputt raus. Out. Auch von hinten. Dixer. Sorry für die Kraftausdrücke. Kommen in letzter Zeit öfter sogar vor. Tatsächlich ist mir aufgefallen. Muss ich eigentlich wieder reduzieren. Was hörlich zum ersten Mal. Äh. Ich glaube, ich mach den. Versuch den da zuerst kaputt zu machen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Der hat sogar ein cooles Schwert. Er hat auf die falsche Schwert. Wenn die mich suchen. Das wirst du bereuen. So, jetzt noch mal ein bisschen Abstand. So, der hilft mir jetzt sogar ein bisschen. Ich kriege den da, so Ehländerbandit. So ein dämlicher Mistkerl. Hey, du. Äh. Ende. Oh. Einfach anquatschen. Ähm. So, den Landsträcher. Ich habe jetzt die Punkte aber nicht bekommen. Alter, mein Leben ist schon fast weg. Äh. Benötigte Stärke. Der sieht zwar cooler aus, aber okay. Der ist... Gibt nicht so viel Schaden. Äh. Da ist der tatsächlich besser. Verdammt. Was ist das? Weidenbogen. Naja, ich muss jetzt erst mal wieder die Gesundheit ein bisschen auffüllen. Wollen wir essen, wenn wir jetzt wenigstens ein bisschen was zu fördern bekommen. Wasser dämmen wir uns auch mal. Wein brauchen wir noch. Dann haben wir hier Schinken. Hat schon zwei Stück neu. Großfleisch. Hm. Komm, machen wir ja das. Ich glaube, Laufglieder lohnt sich nicht wirklich gerade. Keine Pflanze. Okay. So, jetzt noch. Der gibt sogar 30. Okay. Und da müssen wir jetzt weiter lang. Jetzt bin ich gespannt, wo wir ankommen. Wo wir hin müssen. Ich speichere vielleicht mal hier. Aber hier können wir wieder auf der 1 speichern. Beziehungsweise können wir auch eigentlich in der nächsten Folge weitermachen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020